Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video rund um das Thema Säugetiere. Dieses Mal geht es um den Aufbau von Knochen, das Skelett der Mammalia und um Zähne. Schauen wir uns zunächst einmal an, was ein Knochen überhaupt ist. Knochen sind eine druck- und zugfeste Stützstruktur und stellen daher das Endoskelett der Wirbeltiere dar. Abhängig von ihrer Lage und Funktion sehen sie sehr unterschiedlich aus. Weiter sind sie ein essentieller Teil des Bewegungsapparats und schützen die inneren Organe, wie der Schädel, das Gehirn oder der Brustkorb, Herz und Lunge. Zudem bilden sich im Knochenmark die Erythrozyten, Leukozyten und Thrombozyten, die roten und weißen Blutkörperchen sowie die Blutplättchen. Doch woraus bestehen Knochen eigentlich? Knochen sind gut durchblutete und lebendige Organe, die aus mehreren Geweben zusammengesetzt sind. Knochen bestehen zu ca. 25% aus Wasser, zu rund 25% aus organischem und zu grob 50% aus anorganischem Material. Dabei macht Kollagen mit 95% den Hauptbestandteil des organischen Materials aus. Das anorganische Material besteht zu 86% aus Hydroxyapatit, einer Form von Calciumphosphat. Alle Komponenten greifen perfekt ineinander. Aber wie funktioniert das? Wie entsteht so ein Knochen eigentlich? Die Bildung von Knochen nennt man Ossifikation. Wir unterscheiden dabei drei verschiedene Arten. Desmale, Chondrale und Appositionelle Ossifikation. Bei der Desmalen Ossifikation entsteht das Knochengewebe unmittelbar aus Mesenthym, also embryonalem Bindegewebe. Knochen aus Desmaler Ossifikation nennt man auch Bindegewebs- oder Deckknochen. So entstehen die Knochen des Viscero-Kraniums des Gesichtsschädels, sowie des Schädeldachs und die Klavikula, das Schlüsselbein. Bei der Chondralen Ossifikation entsteht das Knochengewebe aus knorpeligen Skelettelementen. Daher werden Knochen aus Chondraler Ossifikation auch als Ersatzknochen bezeichnet. Dies trifft auf die Mehrheit der Knochen zu. Das dicken Wachstum von Knochen wird durch die Appositionelle Ossifikation beschrieben. Hier lagert sich Knochengewebe an bereits bestehendes Knochengewebe an. Da sich jeder Knochen in einem Organismus anders entwickelt als andere, hat auch jeder Knochen eine einzigartige Entwicklung. Diese wird als Osteogenese bezeichnet. Der Entstehungsort, die Lage im Körper, die Wachstumsrichtung, alles ist jeweils ganz spezifisch. Die Entstehung von Knochen erfolgt in jedem Fall mehrstufig. Zunächst entstehen Osteoblasten, Knochenbildnerzellen, im Mesenthym. Sie bilden die Basis der Knochensubstanz, den Osteoid, also die Knochenmatrix. Dafür scheiden sie vor allem Kollagen und Hydroxylapatit in den interstitiellen Raum aus. Durch diese Verknöcherung werden die Osteoblasten zu Osteozyten, zu den Knochenzellen. Die Osteozyten stehen durch ihre langen zellulären Ausläufer miteinander in Kontakt. Aufgrund des hohen anorganischen Anteils und der enormen Beanspruchung dützt sich Knochen jedoch stark ab. Daher wird Knochen ständig auf, aber auch abgebaut. Den Abbau übernehmen die Osteoklasten, die Knochenfresserzellen. Sie resorbieren die Knochensubstanz und bilden dabei Tunnel und Höhlen in den Knochen, in denen sich dann wieder neue Osteoblasten anlagern und so wieder zu Osteozyten werden. Dieser Vorgang ist auch bei der Heilung von Knochenbrüchen von besonderer Bedeutung. Natürlich gibt es nicht nur einen, sondern mehrere verschiedene Knochentypen. Bei den Säugetieren werden sechs verschiedene Knochentypen unterschieden. Als Osaplaner, Platteknochen, werden stark abgeflachte Knochen, wie beispielsweise das Sternum, Brustbein, die Scapula, Schulterblatt und weite Teile des Kraniums, des Schädels bezeichnet. Osa Brevia sind kurze Knochen. Die Handwurzelknochen gehören zu diesem Typus. Sesambeine, Osa sesamoidea, sind in Seen eingelagerte, kleine, rundliche Knochen, wie die Patella, Kniescheibe und Pisiforme, das Erbsenbein in der Handwurzel. Die Osa pneumatica, luftgefüllte Knochen, sind eine Sonderform der Osa planer. Die Hohlräume des Knochen sind mit Schleimhäuten gefüllt. Dies ist beispielsweise beim Stirnbein der Frontale der Fall. Unregelmäßige Knochen, die Osa irregularia, lassen sich nicht den anderen Knochentypen zuordnen. In diese Kategorie fallen die Vertebrae, die Wirbel und die Mandibula, der Unterkiefer. Als Röhrenknochen Osa longa werden Knochen bezeichnet, die eine einheitliche Höhle besitzen, in welcher sich das Knochenmark befindet. Sie bestehen aus einem Knochenschaft, der Diaphyse und zwei Knochenenden, den Epiphysen. Röhrenknochen, wie der Femur, der Oberschenkelknochen, sind ausschließlich in den Extremitäten zu finden. Das Skelett der Mammalia lässt sich in sechs Regionen einteilen. Die Wirbelsäule, den Brustkorb, den Schultergürtel, den Beckengürtel, die Extremitäten und den Schädel. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Wirbelsäule. Bei den Wirbeltieren wurde die ungegliederte Korda durch Wirbelkörper ersetzt. Jeder dieser Wirbelkörper besitzt dorsal einen Neuralbogen und ventral einen Hämerlbogen. Dank sekundärer Reduktion sind diese jedoch nicht bei jedem Tier an jedem Wirbel zu erkennen. Lateral tragen die Wirbelkörper der Brustwirbelsäule zudem je ein paar Rippen. Die Rippen sind jedoch nicht fest mit dem Wirbelkörper verwachsen, sondern über Gelenke mit diesen verbunden. Alle Wirbelfortsätze stellen eine Ansatzstelle für Muskeln und Bänder dar. Die Wirbelsäule lässt sich in fünf Regionen unterteilen. Kranial, also in der Nähe des Schädels, befindet sich die Halswirbelsäule, die in der Regel aus sieben sogenannten Zervikalwirbeln besteht. Danach folgen neun bis fünfundzwanzig Thorakikalwirbel, welche die eben erwähnte Brustwirbelsäule bilden. Daran schließt sich die Lendenwirbelsäule an. Diese umfasst fünf bis sieben Lumbarwirbel. Es folgt die Sakralwirbelsäule, die sich aus drei bis fünf Sakralwirbeln zusammensetzt. Den Schluss bildet die Schwanzwirbelsäule, die aus einem bis 47 Kokigialwirbeln besteht. Zur Stabilisierung sind die einzelnen Wirbel durch Bänder miteinander verbunden. Die zwischen den Wirbel liegenden Bandscheiben dienen als Puffer und stellen als solche eine bewegliche Verbindung zwischen den Wirbeln dar. So, weiter geht es zum Becken- und Schultergürtel. Der Beckengürtel besteht aus dem Ischium, Sitzbein, dem Illium, Darmbein und der Pubis, Schambein. Diese sind in der Regel miteinander verwachsen und werden nicht sekundär reduziert. Zudem sind die Knochen des Beckengürtels mit den Sakralwirbeln verwachsen. Der Schultergürtel besteht ebenfalls aus mehreren Knochen. Der Skapula, Schulterblatt, der Klavikula, Schlüsselbein und dem Korakoid, dem Rabenschnabelbein. Die Knochen des Schultergürtels können sekundär reduziert sein und sind nicht mit der Wirbelsäule verwachsen, sondern über Muskeln und Bänder verbunden. Auf zu den Extremitäten! Sowohl Vorder- als auch Hinterextremitäten werden von Proximal, also Körpernah, nach Distal, Körperfern, in drei Abschnitte eingeteilt. Stylopodium, Oberarm bzw. Oberschenkel, Zeugopodium, Unterarm bzw. Unterschenkel und Autopodium, Hand bzw. Fuß. Von Proximal nach Distal bestehen die Vorderextremitäten aus dem Humerus, Oberarmknochen, Ulna, Elle, Radius, Speiche, Karpus, Handwurzelknochen, Metacarpus, Mittelhandknochen und Verlangen, Finger. Die Hinterextremitäten setzen sich von Proximal nach Distal aus dem Femur, Oberschenkelknochen, der Tibia, Schienbein, der Fibula, Wadenbein, dem Tarsus, Fußwurzelknochen, dem Metatarsus, Mittelfußknochen und den Verlangen, Zehen, zusammen. Die Proportionen der einzelnen Knochen können von Art zu Art stark verschieden sein. Hier lässt sich übrigens auch gut erkennen, dass nicht alle Säugetiere gleichartig laufen. Manche Säugetiere, wie zum Beispiel Pferde, sind sogenannte Zehenspitzengänger, die sich, wie der Name bereits vermuten lässt, auf ihren Zehenspitzen fortbewegen. Diese Gangart wird auch als Unguligradie bezeichnet. Hunde sind hingegen Beispiele für Tiere, die sich auf ihren Zehen fortbewegen und daher als Zehengänger bezeichnet werden. Hier lautet der Fachbegriff Digitigradie. Die Sohlengänger wiederum, wie zum Beispiel wir Menschen, setzen bei der Fortbewegung das Autopodium vollständig auf dem Boden auf. Diese Gangart wird auch als Plantigradie bezeichnet. Jetzt schauen wir uns mal den Schädel der Säugetiere genauer an. Wir stellen dabei fest, dass dieser aus zwei Teilen besteht. Dem Neurokranium, Hirnschädel, und dem Viscerokranium, Fressschädel. Das Neurokranium besteht aus der unpaarigen Ockipitale, Hinterhauptbein, der paarigen Parietale, Scheitelbein, der paarigen Temporale, Schläfenbein, der unpaarigen Sphänoidale, Keilbein, der unpaarigen Etmoidale, Siebbein, und einem Teil der Frontale, dem Stirnbein. Die Teile der Frontale, die die Augenhöhle mitbilden, gehören zum Viscerokranium. Ebenso wie die paarige Jugale, Jochbein, die paarige Nasale, Nasenbein, die paarige Lacrimale, Tränenbein, das paarige Palatinum, Gaumenbein, der unpaarige Vomea, Flugscharbein, die unpaarige Mandibula, Unterkiefer, die paarige Prämaxellare, Zwischenkieferbein, und die maxellare Oberkiefer, welche eigentlich auch ein paariger Knochen ist. Sowohl die Mandibula als auch die Prämaxellare und die Maxellare tragen für gewöhnlich Zähne. Säugetiere besitzen in der Regel ein sogenanntes heterodontes Gebiss. Dies bedeutet, dass die Zähne verschieden aussehen. Es besteht aus vier verschiedenen Zahntypen, den Inquisivi, Schneidezähnen, den Kanini, Eck- oder Fangzähne, den Prämolan, Vorderbackenzähne oder Backenzähne, und den Molaren, Hinterbackenzähne oder Malzähne. Weil es praktischer ist, werden diese oftmals mit dem ersten Buchstaben ihres wissenschaftlichen Namens abgekürzt. I für Inquisivus, C für Caninus, P für Prämolar und M für Molar. Indizes hinter den Abkürzungen geben an, um welchen Zahn es sich genau handelt und ob er sich im Ober- oder Unterkiefer befindet. Dabei bedeutet ein Hochindex, dass es sich um einen Zahn im Oberkiefer handelt. Ein Tiefindex verweist auf einen Zahn im Unterkiefer. Der vierte Prämolar im Oberkiefer und der erste Molar im Unterkiefer, kurz P4 oben und M1 unten, sind die Reißzähne der Karnivora, der Raubtiere. Mit diesen Zähnen wird Beute mit kraftvollen Bissen zerlegt. Darum legen diese Tiere dafür auch den Kopf schräg. Betrachten wir als letztes noch den Aufbau unserer Zähne. Der Teil des Zahns, der sich oberhalb des Zahnfleisches befindet, wird als Krone bezeichnet. Der Teil, der sich im Zahnfleisch befindet, als Wurzel. Die äußere sichtbare Schicht des Zahns ist der Zahnschmelz, welcher das härteste Gewebe im menschlichen Körper darstellt. Er besteht zu 95% aus anorganischem Material, wobei Hydroxylapatit einen sehr hohen Anteil ausmacht. Unter dem Zahnschmelz befindet sich das überwiegend ebenfalls aus Hydroxylapatit bestehende gelbliche Dentin. Es stellt einen großen Anteil des Zahns dar und kann anders als der Zahnschmelz lebenslänglich im Grenzbereich zur Pulper neu gebildet werden. Im Bereich der Zahnkrone ist das Dentin vom Zahnschmelz umgeben, im Bereich der Wurzel vom sogenannten Wurzelzement. Das Dentin umschließt die Pulpenhöhle, welche das Zahnmark beinhaltet. Dieses besteht aus Nerven, Blut und Lymphgefäßen sowie Bindegewebe. Säugetiere haben nicht alle die gleiche Anzahl an Zähnen. Das Milchgebiss weist zum Beispiel in der Regel weniger Zähne auf, da dort die Prämolaren fehlen. Aber immer wo es einen Grundbauplan gibt, existieren auch Abweichungen davon. Im Grundbauplan haben Säugetiere im Oberkiefer drei Schneidezähne, Eineckzahn vier Prämolaren und drei Molaren pro Kieferhälfte. Im Unterkiefer sieht es genauso aus und man kann dies als sogenannte Zahnformel darstellen. Die Zahnformel wird immer als Bruch dargestellt, wobei oberhalb des Bruchstrichs die Zähne des Oberkiefers, unterhalb des Bruchstrichs die des Unterkiefers angegeben werden. Dabei ist zu beachten, dass immer nur eine Hälfte des Kiefers angegeben wird, da das Gebiss der Säugetiere spiegelsymmetrisch ist. Der Säugetier-Grundbauplan bedeutet insgesamt 44 Zähne und ist so beispielsweise bei Schweinen zu finden. In vielen Fällen kam es evolutiv zur Reduktion der Zahnanzahl. Das Gebiss des Menschen umfasst lediglich 32 Zähne, das der Nagetiere 16 und das der hasenartigen 28. An der Zahnformel erkennt man übrigens sehr gut, dass hasenartige Lagomorpha keine Nagetiere, Rodentia sein können, auch wenn sie sonst sehr ähnlich erscheinen mögen. Bei beiden Tiergruppen zeigen die Schneidezähne ein Dauerwachstum, wodurch die Zähne von Ober- und Unterkiefer aneinander reiben und sich so stetig schärfen. Allerdings besitzen die Nagezähne der Nagetiere nur auf der Außenseite Zahnschmelz, die Schneidezähne der Hasenartigen auf Außen- und Innenseite. Das reicht dann jetzt auch erstmal zu den Hartbestandteilen von Säugetieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir hoffen man konnte auch diesmal etwas lernen. Bis zum nächsten Mal!